Wo ist der Gidda vor? Niemand gesehen? Niemand gesehen? Nein? Hoi! Viel Glück! Stopp! Das war der einzige, den wir sowieso von der Strasse gesehen hätten. Du wolltest noch mal gehen? Nein. Du willst jetzt wo durch? Ja, absolut. Der Papi sucht einen, der voll Gas kommt. Der ist wie eine Feder. Alle gefunden? Fast alle. Welcher nicht? Welcher ist der schlimmste? Äh, das Zwölfe. Gell, Luks, das Zwölfe? Das Zwölfe ist der schlimmste. Also Moni, das Zwölfe. Ich gebe alles Zwölfe. Aber heute ist nicht der Zwölfe. Gell, das Zwölfe ist der, der wir gesucht haben? Die Beste kommt heute nicht, wie du willst. Hier ist es wirklich zufrieden. Thomas? Und, was ist der Plan? Der Plan ist der Plan B. Und? Los! Also los! Plan B, du! Uh, der Plan B geht aber nicht einmal an die Rechte. Hey, der Kaus. Yay! Ich fahre alle gleich schnell durch. Oh, oh, oh! Der ist immer noch auf! Welches war die schwierige Poste? Der war ein Zwölfe. Der war zwölfe. Ich habe gerade zwölfe. Ich habe ihn beim ersten gesucht. Ich denke, oder? Ja, ich habe ihn vieles weit unten gesucht. Ich war ganz oben oben, mit dem richtigen oben gesucht. Du hast gewusst, habe ihn auf dem zweiten oben gesucht. Welchen hast du nicht gefunden? Komm, komm jetzt. Komm, dann kannst du gar nicht weiter. Machst du ja ... Andi, wenn die Reihenfolge nicht stimmt, dann hast du einen Umweg gemacht. Ist das? Aber Andi! Aber Andi! Ich habe mich nachgerissen. Ich kann nicht so richtig. Nein, nicht so. 1 2 3 3 6 7 8 8 8 9 10 10